Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Handtuchhalter. Das High-End-Produkt in unserem Handtuchhalter-Test geht an den Good Corner Handtuchhalter. Die Handtuchhalter sind schön und elegant, angenehm zu berühren, kompatibel mit verschiedenen Dekorationsstilen, die Ihrem Badezimmer und Ihrem Zuhause modernere Elemente verleihen. Verwenden Sie den Handtuchhalter, um Ihr Badezimmer zu organisieren und genügend Platz zum leichteren Trocknen von Handtüchern zu haben. Sehr gut für Ihr Badezimmer geeignet, um Ihrem Badezimmer ein poliertes Aussehen zu verleihen. Diese Handtuchhalter aus hochwertigem SOS 304 Edelstahl, korrosionsbeständig, wodurch die Badhandtuchstangen in der feuchten Umgebung extrem rostbeständig sind. Dual-Use Design, der Handtuchhalter kann vertikal oder horizontal montiert werden, multifunktional und praktisch, sehr gut geeignet für Badezimmer, Toiletten, Hotels und so weiter, platzsparend. Den besten Preis findest Du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Lollipod Handtuchhalter. Lollipod Handtuchhalter ist aus hochwertigem Edelstahl 304 gefertigt, spiegelglanzpolierte Oberfläche, temperaturwechselbeständig, feuchtigkeitsfest, korrosionsbeständig, kratzfest. Chromoberfläche, Spiegeloberfläche, elegante und schöne Aussicht für Bad und Küche. Korrosionsbeständig und kratzfest. Einfache Installation. Sie können das Klebeband verwenden, um ein Anhaften an der Wand zu verhindern. Ziehen Sie einfach die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband ab und drücken Sie den Halter gegen eine glatte, saubere Oberfläche. Dank des glänzenden Edelstahls 304 können sich Schmutz und Staub nicht verstecken. Sie brauchen nur ein sauberes Tuch, um es leicht abzuwischen. Passt nahtlos zu anderen Produkten der Serie und sorgt so für einen eleganten Look im ganzen Haus. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Handtuchhalter-Test ist der Lebensfroh-Handtuchhalter. Sechs Stück lebensfroh 52 mm lange Edelstahl-Mantelhaken, in einem Packet werden 18 Schrauben und 18 Dübel geliefert. Mit diesen Dehnschrauben und Schrauben wird die Wandmontage einfacher. Die Barthaken mit glatten Oberfächen geben Ihnen einen angenehmen Touch, sehen elegant, modern und stylisch, können kompatibel mit vielen Renovierungsstil gestaltet werden. Der Garderobenhaken bestehen aus rostfreiem Stahl, verfügt diese hochwertigen Wandhaken über starke Trägfähigkeit, sind langlebig, kratzfest und korrosionsbeständig. Handtuchhalter ist in Ihrem Badezimmer, Balkon, Schlafzimmer, Küche und so weiter, an Wand oder Tür einsetzbar. Oberhaken ist geeignet für Mäntel, Handtaschen, Hüte, Schirme, Handtücher oder Bademäntel und so weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.